Yo meine Freunde hier sind wir heute Video 1,2,3 in Saison 1. Guten Tag ich habe mir eine Verlängerung geholt. 10pc ist eine neue, aber die alte. Tut's ja nicht mehr und war zu wenig Platz. Hab ich gemerkt, wo der liegt immer hier, war besser und da war zu wenig Platz. Mit der Kabel hatte hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ganz hier ist eine Sicherung dran, wenn mal alles mal abstürzen sollte, fliegt die Sicherung raus, dann passiert nichts, weil es jetzt genau richtig abgesichert ist. Das ist schon gut jetzt. Bisschen teuer, 24 Euro, aber dafür gut abgesichert die alten Dinger. Die sind eigentlich abgesichert die Scheißdinger. Machen wir mal auf hier. Ich halte das komisch mit einer an und füge mit der Gabel. So, zum Baumarkt muss ich heute auch noch, darf der Pegel. 2,5 Kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 8 verteilt euch. Dann mach ich noch mit dem Rechner, weißt du, die Kacke. Dann sag mal, oh, piu, 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 piu. Und so, der, glaub ich, nimm mir noch nicht mehr, der hat so, piu, kaputt ist. Aber den sag ich jetzt nicht, der mach ich mir immer mal ein Bild und ich mach auf Facebook oder, nee, Instagram oder so. Das ist hier Eigenwerbung. Ich muss gleich Werbung einblenden. Und wenn ich Werbung einblende, versuche ich nochmal. Und wenn die mir dann den Video verklagen oder sperren, dann mach ich keine Videos mehr. Mal gucken, wie Artikel 13 das ist, ne. Letzter Versuch, jetzt hier nochmal was aufzunehmen. Und wenn ich beiße, eigentlich schnell. Das ist die Kacke hier, aber mal gucken, ne. Geile Verlängerung. Die mach ich mir hinten am Rechner da. Und dann ab, die Luzi. Ja. Naja. 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 Das soll so sein. Das ist Prima Kalonia. Wir hassen die Scheißgörner. Die Bugs. 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 Ne. Jetzt ziehen wir hier raus. Und dann haben wir ein langes Kabel, weißt du. Ui. Julikum. Hier kann ich schon belegen. Weißt du, dass hier hinten schön abgesichert, weißt du. Mach das nicht. Psch. Bio. Weißt du, wenn er Bio macht, dann fliegt es sich um raus. Dann passiert nichts mit den ganzen Rechnungen. So. Rechnungen und alles. Ne. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Hab ich mir eh nie geholt. Aber es passt. Es passt. Sagen wir mal das nächste Mal sagt eure Sidoeinsatz und Insoeinsatz. Auf Wiedersehen. Ciao und eine Hau und eine Flow.